Vor 18 Jahren haben wir es ausgekauft, das ist dann bald 100 Jahre alt. In der letzten Zeit war uns der Wunsch, von Böhl wegzukommen. Als wir evaluiert haben, wo könnte man eine Wärmepumpe hinnehmen, war zuerst der Garten, die andere Seite. Und plötzlich hat sich das eigentlich in der Waschküche ergeben, wo eigentlich eine Badewanne gestanden ist, hat plötzlich die ganze Heizung Platz gehabt. Was uns auch sehr gefallen hat, ist die Halbierung der Fixküche, die wir vorhin hatten und bei der Ölheizung. Hier sind wir jetzt im Garten. Man sieht auf der Seite, wo die Luft angesogen wird, und hier eine, wo sie ausgeblasen wird. Im Sommer, wenn wir unter dem Widenhäusli sitzen, ist es extrem leislich. Und wir sind total glücklich.